Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Plauschtichten wie fast immer mit dem guten alten Lazy Luke und mit mir, Meister S. Schönen guten Tag. Ja, moin, moin, guten Tag. Wir müssen heute einmal ganz schnell darauf hinweisen, dass sich in der letzten Folge tatsächlich passenderweise zum Thema Mandela-Effekt ein, zwei Fehlerchen eingeschlichen haben, weil wir heute ein bisschen zeitbegrenzt sind, greifen wir die hier jetzt nicht auf, sondern verweisen nur darauf, dass Korrekturlinks in dem entsprechenden Beitrag gesetzt sein werden, wenn diese Folge herauskommt. Sorry, sind wir hier und da etwas durcheinander gekommen. Naja, hauptsächlich bezog sich das auf das, was wir eh in der Folge schon festgestellt hatten und dann noch ein weiteres Bild. My bad, ich entschuldige mich dafür, aber ich habe mich sehr darüber amüsiert, weil das das Ganze natürlich, wie auch kommentiert wurde, noch verwirrender gemacht hat und irgendwann haben wir die Realität angezweifelt. Wenn in meiner Nähe mal jetzt Mandela-Effekt-Diskussionen aufkommen, werde ich mich unterhalten, weil ich wirklich jetzt so verwirrt bin, dass ich gar nicht mehr weiß, was wo richtig war und wo nicht. Ja. Ja. Heute haben wir aber was anderes im Gepäck. Wir kehren zurück in weniger bodenständige Gefilde, kann man vielleicht sagen. Denn wir haben uns mal wieder einen interessanten, man kann schon fast so ein bisschen sagen, Lebensbericht angehört von einer Person, die immer wieder mit seltsamen Erlebnissen konfrontiert ist. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es bei manchen Menschen, dass das einfach ein roter Faden ist, der sich durchs Leben zu ziehen scheint, aus welchen Gründen auch immer. Und in diesem Fall ist die Person ein Mann. Ich glaube, er ist ungefähr unser Alter sogar, 36 Jahre alt, zu Zeitpunkt des Interviews. Und das Interview ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre alt. Er heißt Jim und kommt aus Irland. Und die Kudos für die Sicherung dieses Zeugenberichts gehen mal wieder an Strange Familias, an Timothy Renner. Das Ganze ist natürlich verlinkt. Ja, wir sind aber ausnahmsweise mal wieder in Europa. Weiß ich gar nicht, waren wir, glaube ich, auch länger nicht. Irland, ein schönes Land. Ich bin noch nie da gewesen, nur in Wales und Schottland. Irland würde mich natürlich auch mal interessieren. Das hat sich bisher nicht ergeben. Aber der gute Mann ist dort in einer, in einem relativ kleinen Ort aufgewachsen und in einer relativ abgelegenen Gegend, so wie ich das verstanden habe, wo sich auch noch die ein oder andere Seltsamkeit scheinbar kultureller Art gehalten hat, so wie er das ein bisschen rüberbringt, fand ich ganz interessant. Und er berichtet davon, dass sein Einstieg in die Themenwelt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne des Paranormalen, eigentlich Geschichten waren, die ihm die Mutter eines Freundes erzählt hat. Das ist natürlich direkt auch auf Interesse gestoßen beim Interviewer. Und so haben wir die jetzt zumindest in Kurzform auch. Wollen wir mit denen einfach mal beginnen? Ja, genau. Zur Ergänzung noch, also du hast richtig gesagt, ein kleiner Ort. Er ist sehr bemüht, insgesamt keine Orte und Namen zu nennen. Da haben wir auch schon andere Beispiele gehört aus Zeugenberichten, also in meiner Erinnerung. Er spricht immer nur von einem kleinen Ort und wir wissen noch nicht mal die Region in Irland. Und dadurch, dass er sagt, es ist eine schöne Region, grenzt er es das auch noch nicht ein, weil ich war schon zweimal in Irland und es gibt sehr viele schöne Regionen im Südwesten, Cork und die, wo die Ring of Kerry ist, was auch sehr bekannt ist, allein schon durch so Werbebilder und Tourismusbilder und so. Aber es gibt auch im Norden Cornemara eine Region, wo es dann so ein bisschen torfiger ist und wo auch guter Whisky herkommt. Also es gibt da viel und er grenzt das nicht ein. Und dann fängt er an, wo er sich noch im jungen Alter von sechs, sieben befindet und dort in der Region sagt er, wird das, ist das noch ein bisschen traditioneller. Wobei ich das auch den Eindruck habe, ist in Irland generell diese Kultur ist nicht nur irgendwie, was man Kindern erzählt, sondern das ist gelebte Kultur, dass man sich einfach mit dieser, mit dieser Folklore sozusagen mehr beschäftigt, als es jetzt in meiner Meinung in Deutschland beispielsweise ist. Ja, würde ich auch so empfinden. Und gleich die erste Geschichte, die da ihm also die besagte Mutter eines Freundes erzählt, ist, ich meine, ist schon ja quasi klassischer geht es dann ja fast nicht. Sie berichtet, dass sie, glaube ich, von einem Laden oder Einkauf oder sowas kam und dass sie straight einen Leprechaun gesehen hätte, der sie zu einer Brücke, also einem Fluss gelockt hat oder sie dahin gelotst hat irgendwie, wo sie dann im Wasser eine glitzernde Goldmünze fand. Und sie hat ihm dann, also jetzt zum Zeitpunkt der Erzählung an das Kind, an Jim, hat sie ihm auch noch eine Münze gezeigt, die also diese Münze gewesen sein soll. Genau, die hat sie ihr ganzes Leben in einer Streichholzschachtel aufbewahrt. Ja, also wenn sie das so erlebt hat, dann denke ich mal, ist das sehr, sehr nachvollziehbar. Also dann hat man wahrscheinlich entweder den Impuls, damit gar nichts zu tun haben zu wollen und das möglichst weit wegzubringen von sich das Teil oder natürlich absolute Aufbewahrungswahn. Und ich wäre dann sicherlich auch in der zweiten Kategorie. Also wenn ich mal einen Leprechaun sehe und der zeigt oder gibt mir eine Münze, dann wird die definitiv nicht auf Ebay verhökert. Ja, wir haben leider keine weiteren Details zu dem Leprechaun. Hätte mich interessiert, wie genau der sich dargestellt hat. Aber gut, da hat leider Timothy Renners Neugierde einmal ausnahmsweise versagt. Er ist ja sonst immer sehr hinterher. Ja, ich werte das auch eher so als so ein Einstieg einerseits schon, das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch sein Leben, hast du schon gesagt. Aber das ist so Klischee und er ist noch sehr jung und vielleicht ist das eine Mutter, die so ein bisschen damit spielt. Also mit diesem ganzen, wir wissen nicht genau, wir erfahren nichts mehr zu der Person und auch, wie du schon gesagt hast, nicht zu dem Aussehen der Figur. Aber das unterscheidet sich schon noch so ein bisschen von den folgenden Sachen, weil es schon sehr, ja, vielleicht auch geprägt durch das, was wir an Filmen und so weiter kennen, schon sehr Klischee-mäßig sozusagen ist. Aber ja, also es hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, sodass sie das geprägt hat, diese Frau. Ja, und die nächste Geschichte ist ebenfalls kurz und dann auch noch sogar aus noch weiter entferntere Hand, denn da geht es jetzt um den Mann der eben besagten Frau, dessen Großvater hat etwas erlebt. Und zwar ist der, was ausliefern gewesen, auch wenn ich es richtig verstanden habe, da in der besagten Gegend, um die es heute noch weiter gehen wird, dort kam er in einem Haus vorbei, in dem er intensive keltische, also wahrscheinlich laut keltische Musik gehört hat und sich gewundert hat, was da los ist. Und beim nächsten Haus, wo er dann wohl hin musste für seine Auslieferung, hat er gefragt, was da denn abgeht. Und die dort anwesende Frau war wohl etwas, hat nachgefragt, was er denn meint und war dann wohl etwas, ja, verstört, ist vielleicht übertrieben, aber hat ihm gesagt, geh so schnell nach Hause, wie du kannst, mach nicht mal hier deine weiteren Lieferungen fertig. Und ich vermute mal, das geht auf Teile der Feenfolkhloren, des Feenglaubens zurück, dass man eben in die Feenwelt auch entführt werden kann. Und ich vermute mal, hier hatte dann die Frau auf Basis der Tatsache, dass er eben von dieser Musik berichtete, den Verdacht, dass er vielleicht akut jetzt gerade irgendwie in Gefahr war, sich da in die Feenwelt zu verstricken. Ja, ich habe verstanden, Kaylee, also nicht keltisch, aber Kaylee ist halt in Schottland und Irland so typische, ja, so ein Tanz, da wird ja auch von Fiddles, also von hier den typischen irischen Geigen gesprochen. Da gehört Musik also dazu und im weitesten Sinne ist es dann quasi keltische Musik, aber Kaylee bedeutet dann im Ursprung eigentlich nur so, ja, so ein Zusammenkommen, so eine Art Party sozusagen im ganz traditionellen Sinne. Ah ja, okay. Und das kann man heutzutage auch noch, gibt es immer mal wieder, in Schottland zumindest, in Irland meine ich auch, das wird heutzutage immer noch unter jungen Menschen gemacht, dass sie quasi den Kaylee tanzen. Ja, aber vielleicht hat sich das nur in seinem Kopf abgespielt sozusagen, ist jetzt die Unterstellung von der Frau oder die hat es als Warnsignal wahrgenommen. So hätte ich es jetzt verstanden mit dem Warnsignal, sonst gäbe es ja keinen Grund, ihm zu raten, möglichst schnell abzuhauen und so weiter. Ja, der letzte dieser kleinen Vorgeschichten ist eigentlich für mich zumindest am interessantesten fast. Da geht es um eine bestimmte Familie und jetzt ist es wieder aus Hand der Mutter, wenn ich es richtig verstanden habe. Die hat mit einem Menschen aus dieser Familie gesprochen, ich weiß nicht wer, wurde entweder nicht gesagt oder ich habe es nicht mitgeschnitten. Aber die haben erzählt, einer ihrer Söhne sei verschwunden für zwei Wochen, als er gerade oder beim Bären sammeln. Übrigens hier alle Missing411-Fans werden sich die Hände reiben, da ist das Verschwinden explizit beim Bären sammeln ja auch nicht selten. Und auch Marienerscheinungen für Kinder oder bei Kindern so finden oft statt im Kontext von wir waren im Wald und waren Bären sammeln seltsamerweise. Hier kommt dieses Motiv also wieder und der war nicht nur zwei Wochen verschwunden, sondern der kam wieder und hatte, so wie ich es verstanden habe, fortan war die eine, eine seiner Hände war die Hand eines Kindes. Also physische Transformationen in irgendeiner Weise, das ist natürlich vollkommen verrückt. Ja, auf jeden Fall creepy, genau, came back with a child's hand, hatte dann auf einmal eine sehr kleine Kinderhand für immer vom Brombeerenpflücken gezeichnet. Ja, das ist also schon mal der geistige Rahmen und jetzt gehen wir über zu den Dingen, die er selbst erlebt hat. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich kommen wir zu dem, zu dem Fädenbaum, zu dem Fairy Tree erst noch. Das war ja auch nur, ja, so halbeigene Erfahrung. Ne, war nicht eigene Erfahrung. Was haben wir denn dazu? Ja, also er beschreibt jetzt die Region, The Stomp hat er die genannt oder nennt er die. Wie gesagt, er bleibt mit Ortsnamen da so ein bisschen vage. Das ist vielleicht einfach die Bezeichnung für diese, für diese Gasse, die sich jetzt immer auszeichnet für, ja, komische, seltsame Ereignisse, wenn er sich da wieder hin zurück begibt, auch in seinem Leben, wenn er in die Nähe kommt. Diese Gasse, da ist auch noch eine, ja, eine Sackgasse sozusagen, wo, so habe ich das verstanden, in der Sackgasse selbst, ähm, befindet sich ein Gebäude in der Nähe des dann schon bekannt berüchtigten Fairy Trees, also dort ein, ein Baum, der in der Nähe von, ja, sozusagen jetzt heutzutage dann nur noch einem übrig gelassenen Fundament befindet. Und dort hat sich eigentlich ursprünglich eine Familie ein Haus gebaut oder ist dort eingezogen in dieses Haus. Und die wurden aber konstant dann, ähm, ja, nicht in Ruhe gelassen von, von eben diesen Fairies. Die haben, ähm, gekratzt von außen an den Wänden und, ja, komische Geräusche gemacht. Also vollkommen in den Wahnsinn getrieben wurde diese Familie. Ja, Poltergeist-Phänomene. Wir erinnern uns, wir erinnern uns an den guten Mann in, wo war das nochmal, Utah, äh, in seinem Trailer. Das sind alles sehr ähnliche Wahrnehmungen eigentlich, ne? Der eine kategorisiert das als, ich wurde von Bigfoot terrorisiert und hier kategorisiert man es eben als, ich, wir wurden von Feen terrorisiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das identische Erlebnisse sind, aber ich sag mal, ich nenne es ja immer so ein bisschen für mich paranormale Belagerung, ne? Man hat irgendwie einen sicheren Bereich, der allerdings von außen kommend angegangen wird, ohne, aber in der Regel das, was diesen Bereich wirklich bricht oder betritt oder dergleichen. Genau, diese, diesen Vergleich macht er später noch bei einer anderen Geschichte, dass er dann vergleichen zieht zu quasi äquivalenten in der amerikanischen Welt. Was wäre dann dieses Poltergeist-Phänomen oder dieses übernatürliche Phänomen für ihn, für den, denjenigen, der interviewt aus den USA? Und auch hier ist es dann wieder geprägt von der Folklore, dass es dann eben diese Feen sind, aber genau, es sind einfach, ja, unerklärliche Spukphänomene, die, ja, dazu führen, dass die Familie dann dieses Haus letztendlich aufgibt und dass es dann, ja, immer noch, auch jetzt, wo er erwachsen ist, ist es, wenn er da jetzt vorbeikommt, sieht er dann dieses, ja, verlassen Haus oder diese, diese Übrigbleibsel neben diesem Baum und da hat es, hat sich wohl offenbar auch niemand wieder herangetraut, dort in der Nähe zu wohnen und, ja, das, ja, genau. Ja, und der letzte Grobeindruck wird relativ kurz erwähnt, die Gegend ist auch bekannt dafür oder er sagt, es gibt da eine ganze Reihe Leute, für die das tatsächlich Fakt und selbstverständlich ist, dass ein großer, ja, schwarzer, übernatürlicher Hund seinen Unwesen treiben soll, genannt Petfoot, so wie ich es verstanden habe. Und hier muss man natürlich auch ganz kurz erwähnen, da haben wir jetzt keine näheren Storys zu, hier muss man nur ganz kurz erwähnen, das ist natürlich auch eines der klassischen Sagen-Motive überall, auch hier bei uns, große schwarze Hunde, oft mit tellergroßen Augen, zum Teil rot leuchtende Augen, weiß leuchtende Augen, das, wie auch immer sich zu erklären, sind Wahrnehmungen, die, ja, offensichtlich Menschen bis heute mitunter haben, aus irgendeinem Grund. So, nun kommen wir aber zu seinen selbsterlebenden Storys und obwohl das Wort nie fiel, denke ich hier jetzt irgendwie natürlich Richtung Banshee, denn er erwähnt, dass er mit, mit einem Freund, Entschuldigung, dann unterwegs war, ich schätze mal jetzt auch so im Alter von zehn oder so was war mein Eindruck, in ein, in einem bewaldet, in einer bewaldeten Gegend und sie muss, sie waren explizit auf der Suche nach Ferries, nach Feen, kleiner Abenteuer sozusagen, kleines Abenteuer und da war eine Senke, durch die sie durchwollten und mussten, um sozusagen zum nächsten Feld und Tor zu kommen. Man muss sich vorstellen, die ganzen landwirtschaftlichen Flächen dort sind ja durch so Stein, Welle und Tore gewissermaßen abgegrenzt und jetzt haben wir hier so ein bisschen Missing-Time-Event, ich habe gerade die Banshee aus Versehen falsch zitiert und zwar haben sie, ich habe die genauen räumlichen Zusammenhänge nicht ganz gecheckt, muss ich zugeben, aber sie sind gewissermaßen in diesem, in dieser Senke verloren gegangen, wenn man so will. Also da waren in der Mitte wohl Büsche und sie sind da immer drum rumgelaufen, um dieses besagte Tor-Durchgang zu finden und er war einfach nicht da und hätte aber da sein müssen und sie sind gefühlte 20 Minuten dort rumgewandert und plötzlich tauchte eben diese Lücke, nach der sie da suchten, oder dieses Tor wieder auf und es stellte sich heraus, es sind sechs Stunden vergangen. Genau, also sie waren schon im Panik-Modus und haben dann, waren natürlich dann danach erleichtert, aber natürlich total verwirrt, dass sie sozusagen komplett, sie waren da so einen späten Nachmittag, glaube ich, reingegangen, dann also schon so 22, 23 Uhr, meine ich in meiner Erinnerung, dann eben diese sechs, sieben Stunden schon vergangen waren. Ja, auch recht nicht ganz untypische Geschichte, auf jeden Fall gruselig. Jetzt kommen wir zu dem, was ich im Kopf irgendwie mit dem Stichwort Banshee verknüpft habe, obwohl es nicht genannt wurde. Und zwar war der gute Jim hier jetzt mit Freunden im Garten eines wiederum anderen Freundes campen, so aus Spaß an der Freude, habe ich als Kind auch gemacht mit meinem Cousin zum Beispiel, haben wir manchmal im Garten gecampt. Generell viel draußen sind die auf jeden Fall, wenn ich das mit meiner Lebenswelt vergleiche. Nee, als Kind war ich auch öfter draußen, das stimmt schon. Abseits vom Rauchen mit zehn schien das eine relativ gesunde Jungen gewesen sein. Aber ich kenne auch jemanden, ich hatte auch einen Kumpel, der in der fünften Klasse angefangen hat zu rauchen, das fand ich aber natürlich hier auch wieder sehr witzig. Ja, zuerst hat er erzählt, okay, zehn Jahre alt und dann, ja, wir saßen da entspannt rum und haben was geraucht oder haben Zigaretten geraucht und dann dachte ich, in einem Moment habe ich das jetzt richtig verstanden, habe wieder zurückgespult, weil das auch gar nicht kommentiert wurde, dass er mit zehn, dass sie mit zehn alle rauchen. Na gut. Ja, und, also ich weiß jetzt nicht, ob mit zehn, aber insgesamt schien es halt auch sozial akzeptiert zu sein. Also, so kam es mir über. Ja, das ist natürlich auch ein Klischee, aber wohl auch begründet in Statistiken, dass die ihren sehr früh sehr viel Alkohol trinken, Zigaretten rauchen, also da so ein bisschen ungesunderen Lebensstil pflegen. Genau, und das wird hier auch von den Eltern, also zumindest in der Generation wird es anscheinend nicht, die werden nicht großartig da erzogen, sich anders zu verhalten. Also das wird allgemein akzeptiert. Ja. Naja, was passiert aber dort in dieser Zeltnacht? Ja, sie hören ein Geräusch von einer Frau, was sich immer stärker oder sich immer weiter ihrem Ort, also dem Zelt, dem Ort des Zelten sozusagen nähert. Wenn man dann plötzlich stoppt, dann hören sie auch so ein quietschendes Geräusch von einem Gatter, was sich öffnet. Dann ganz klassisch der Hund. Going mental, sagt er im Original ganz häufig, auch finde ich auch mal eine schöne Redewendung. Going mental, also der Hund wird auch komplett wahnsinnig. ungewöhnliche Reaktion. Nicht nur irgendwie, dass er anschlägt, sondern anscheinend untypische Geräusche von sich gibt. Und dann wird es nochmal creepy, dass sich dann eben, diese Frau hat sich genähert und dann kommen auf einmal von außen Hände an das Zelt heran. Und das war jetzt diese Frau oder Banshee, wie du das gesagt hast, das wiederholt sich noch öfter, wenn er sich in dieser Gegend befindet in seinem Leben. Und das ist jetzt das erste Mal, dass er sie gehört hat. Und es wiederholt sich auch, dass er manchmal irgendwie, würde ich jetzt tippen, so vor Angst, Erschöpfung dann auch irgendwann einschläft. Also er, das wiederholt sich hier auch. In seinem Leben wiederholt sich das. Und hier passiert es das erste Mal, dass er dann irgendwann einfach einschläft und sich aber bis hin zum Einschlafen komplett ängstigt. Ja. Und es ist aber auch hier so, dass es nicht ihn alleine betrifft, sondern da sind ja andere dabei, die auch verängstigt sind natürlich und die auch alle extrem Schiss haben und dann, ja, sich nicht raustrauen aus dem Zelt und einfach nur hoffen, dass es vorbeigeht. Ja, also auch hier wieder eine paranormale Belagerung im Kleinen diesmal im Zelt. Und auch das, was man mitunter in Bigfoot-Szenarien hört, also die Wahrnehmung, dass etwas oder jemand ums Zelt sich herum bewegt, bei Bigfoot dann in der Regel auch noch verknüpft mit der Wahrnehmung, dass es hier etwas sehr Großes und Schweres sei. Das haben wir hier jetzt nicht. Dafür haben wir hier halt eine Hand, die am Zelt zu, ja, wahrzunehmen war. Ja. Und das Einfach-Einschlafen ist natürlich eigentlich eine paradoxe Reaktion, ne, irgendwie, weil normalerweise ist man bei Angst, gibt es Adrenalin und dann schläfst du halt eben gerade nicht ein, weil das ist ja in einer Situation, die berechtigterweise Angst hervorruft, eigentlich nicht so die beste Taktik im Normalfall. Und das ist auch was, was man mit diesen ähnlichen Wahrnehmungen, paranormalen Erfahrungen auffallend oft, würde ich sagen, beobachten kann, dass Leute einschlafen, obwohl eigentlich die Situation das gar nicht so richtig hergibt. Okay, die Frau ist aber fleißig und kommt noch mal wieder. Mehrfach hast du ja schon gesagt. Hier frage ich mich gerade, ob man das ein bisschen abkürzen sollte vielleicht oder kann. Also man kann zusammenfassen, dass er sich hier und da öfter auch in dem Alter, er ist jetzt also immer noch so zehn, elf, rausschleicht, auch mit seinen Kumpels und da in der Gegend einfach hier und da sich wahrscheinlich dann auch wieder versteckt, um mal Zigaretten zu rauchen oder so. Und in dem Fall nehmen sie Obhut in so einer, ja, Kirche, im Kirchengebäude und auch hier… Nee, nee, im Kirchhof, glaube ich, ne, also draußen. Auf jeden Fall hören sie eine besonders, ja, im Original ist es eine particular soothing note, also eigentlich eine sehr angenehme, beruhigende Note, die getroffen wird. Soothing ist eigentlich, denke ich, hoffe ich, ohne jetzt nochmal nachzugucken, eigentlich etwas Positives. Ja. Aber natürlich trotzdem sind sie dadurch irritiert und das driftet dann so nach zur linken Seite ab, sodass sie sozusagen in ihrer Wahrnehmung dann den Weg frei haben zur Flucht und auch da rennen sie erstmal wieder in Panik zurück, klettern in ihr Zimmer zurück rein und das ist so eine, wie er das schildert, ja, so eine Art eigener Konstruktion, dass sie sich wahrscheinlich an der Rückseite des Gebäudes irgendwie mit Kisten und so, nämlich das war, da so einen kleinen Weg hinein in ihr Zimmer gebaut haben, wo sie jederzeit dann sozusagen wieder zurückklettern können, heimlich. Und dort sind sie dann im Zimmer angekommen und hören aber von unten, wie eine metallene Tür, die befindet sie also unten im unteren Stockwerk, mit richtiger Wucht aufgeschlagen wird und dann hören sie die Geräusche von der Frau eben im unteren Stockwerk, während sie sich dann nicht mehr trauen, überhaupt das Zimmer zu verlassen und das hört dann auch irgendwann auf, aber verschwindet sozusagen wieder, aber ja, sie gucken nie nach, also sie bleiben dann sozusagen in der Sicherheit. Ein Erlebnis ist da vielleicht noch hervorzuheben und zwar hat es sich dann einmal ergeben, dass Jim mit einem, also einem einzigen Freund diesmal bei sich zu Hause ist, Tekken 2 kam gerade heraus, das finde ich interessant, das war damals natürlich ein absolutes Highlight-Spiel. Habe ich nachgeguckt, 95. Ja, dann hat er es ja sogar richtig im Kopf gehabt. Und sie waren da also am Tekken zocken und auf einmal war was draußen am Fenster seines Schlafzimmers oder seines Kinderzimmers, wir sind im zweiten Stock, muss man dazu sagen, und hat furchtbare Geräusche gemacht, also so ein richtig unangenehmes, leidendes Grunzen, Stöhnen, würde ich jetzt mal sagen, er imitiert es ein bisschen, also wer möchte, kann sich das anhören, wie er das nachmacht. Und sehr beängstigend sicherlich und beide haben es gehört, also er und sein Kumpel. Ja, und dann sind wir hier wieder im Land des paradoxen Verhaltens, denn sie schlafen dann einfach ein. Ja, genau, er macht es nach und er beschreibt es als vielleicht auch physische Einschränkung oder psychische Einschränkung, der da, also sozusagen ist seine Mutmaßung. Auf jeden Fall, genau, etwas sehr… Also es war nur ein Vergleich, es war nur ein Vergleich, sozusagen. Und genau, auch da bedeutet Angst gleich einschlafen. Ja. Jetzt kommt das Ouija-Board. Ouija spricht das aus. Wir haben es ja immer Ouija-Board gesagt. Man ist inzwischen etwas älter, auf anderen Schulen verteilt, aber mit manchen seiner alten Freunde ist er halt dann doch wieder auf einer Schule und man hat wohl angefangen, mit dem Ouija-Board zu experimentieren. Ja. Was er da dann erlebt hat, macht er leider nicht so ganz on detail klar, aber zumindest scheinbar in einer dieser Sessions kommuniziert dieses Board so, dass er das für seinen verstorbenen Cousin hält, weil es eben aus dessen Sicht sozusagen persönliche Dinge weiß oder zum Besten gibt. Und er berichtet, dass dann auch verschiedene Poltergeist-Aktivitäten bei ihm zu Hause anfangen. Er gibt als Beispiel, dass er mit seinen jungen Schwestern allein zu Hause war, um auf sie aufzupassen. Die Eltern waren aus, sie haben im Wohnzimmer gespielt und plötzlich flog eine alte Actionfigur einfach quer durch den Raum und gegen die Wand. Er erwähnt dann auch noch andere Beispiele, wie Freunde von ihm zum Beispiel gehört haben, wenn sie zu Besuch waren, dass jemand oben herum geht im oberen Stockwerk, obwohl da keiner ist. Also wirklich klassisch, klassisch, klassisch. Poltergeist ist da. Genau, das ist ein bisschen ein Beschützer-Instinkt gegenüber seinen kleinen Schwestern, aber seine Eltern glauben ihm nicht. Später kommt noch eine Schilderung, dass er allerdings auch wiederum bei seiner Mutter feststellt, dass die sich manchmal beobachtet fühlt oder es äußert, dass sie Angst vor den bestimmten Teilen Treppenaufgang hat und immer sich da dann beobachtet fühlt. Aber an sich wird das von den Eltern, werden diese Bedenken sozusagen weggewischt. Aber es wiederholt sich jetzt, dass er Geräusche hört, also von Personen, die die Treppen hinaufgehen oder jemand jetzt später, wo er 14 Jahre alt ist, sich unten in der Küche, sie befinden sich unten in der Küche so rum und dann ist jemand im ersten Stock und er hört dann zugeschlagen oder einen Knall aus dem Schlafzimmer seiner Eltern und was natürlich auch creepy ist, sehr, sehr gruselig in dem Moment immer die Türklinke oder einfach den Türöffner wieder sich leise öffnet und genau da ist dieser Part, wo dann die Mutter, wo er sagt, da hat die Mutter das alles, diese ganzen Schilderungen von ihm erstmal nicht ernst genommen. Andererseits findet er, nicht zu dem Zeitpunkt, wo er 14 ist, aber später dann eben raus, dass die Mutter sich auch vor bestimmten Abschnitten eben in diesem Haus gekuselt hat. Genau. Ja, und dann kommt er in regelmäßigen Kontakt mit einem seiner Cousins. Er hat sehr viele Cousins, ist jedenfalls der Eindruck, der bei mir entstanden ist beim Zuhören insgesamt. Ja, auch typische irische Familie, zu der Zeit auf jeden Fall groß. Denn sein Vater hat eine neue Band gegründet und das fand ich auch höchst interessant, diese ganze Bandkultur, wie es da scheinbar ganz normal ist, ist, dass man einfach eine Band hat oder mehrere und Livemusik spielt sozusagen, wie du vorhin ja auch schon erwähnt hast. Fand ich faszinierend, gibt es ja bei uns so in der Form. Also klar, bei uns gibt es auch Leute mit Bands, aber hier schien es mir doch sehr stärker nochmal verwurzelt in der Alltagskultur mehrerer Leute und nicht nur so ein paar weniger, die dann halt Bock drauf haben. Also solltet ihr, liebe Zuhörer, mal nach Irland kommen, auf jeden Fall in Dublin, da kommt man zum Beispiel gar nicht drum herum, aber auch in kleinen Orten immer die Livemusik mitnehmen. Und da kann jeder, jeder hat sozusagen gefühlt, das ist so meine Wahrnehmung auch schon mal, die Fähigkeiten könnte jetzt sozusagen hier Konzerte geben, Sachen verkaufen so auf professioneller Ebene, das ist da einfach so der Standard, das Standardlevel an Fähigkeiten. Voll krass. Aber es gibt ja auch Sinn, wenn es einfach Teil der Kultur ist und man es von jung auf an lernt, so wie hier, der Vater holt ihn einfach in seine Band sozusagen. Habe ich jetzt, ich kenne keinen Kumpel, der mit seinem Vater in der Band war. Also das ist schon irgendwie eine andere Welt scheinbar, sehr interessant. Allerdings dieser Cousin, um den es jetzt hier geht, der kam eben aus der Nähe dieses Fairy Trees, von dem wir eben schon gehört haben und hat auch ein paar Storys beizutragen gehabt. Und die gehen jetzt wieder dahin, dass man auch Parallelen zu US-Themen finden kann. Das macht natürlich auch Sinn. Der Interviewer ist ein US-Amerikaner und Jim hat deswegen irgendwie sicherlich auch eine Motivation, darauf hinzuweisen, dass hier Parallelen sind. Und zwar geht es hier zum Beispiel darum, dass zwei Leute, eine Frau und ihr Freund, ein Fireball, also sagen wir mal ein Orb gesehen hat, herumgleiten auf der Straße, dann kurz im Feld und wieder zurück. Und offensichtlich im gleichen zeitlichen Umfeld war es dann so, dass anderer Teil der Familie oder vielleicht sogar der gleiche, wie gesagt familiären, familientechnisch, ist das für mich da alles ein bisschen unübersichtlich gewesen. Aber da war ein Trailer, da hat man in Trailern sozusagen gewohnt und dort hat ein riesiger Mann ans Fenster geklopft und sich da bemerkbar gemacht, ist, glaube ich, sogar auf dem Dach herumgelaufen, wurde von mehreren gesehen und dann auch verfolgt, weil man ihn halt für einen riesigen Mann hielt. Man hat ihn nicht bekommen, er hat einen unnormal großen Sprung über irgendeine, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Zaun oder dergleichen oder Hecke oder sowas gemacht und war dann eben weg. Und hier eben wieder der Hinweis, Lichtbälle, riesige Männer, Schrägstrich Wesen, das klingt halt schon alles bekannt, wenn man sich mit Bigfoot in den USA auseinandersetzt. Das sind Dinge, die auch dort dann Menschen erleben und das wird dann eben in der Regel als Bigfoot-Ereignis klassifiziert von den Leuten, die es erleben. Oder es sind halt Namen, die Leute reden auf diese Art und Weise drüber, Namen muss man dem ja geben, sage ich mal, zumindest wenn es, ist ja klar, ist ein eindrückliches Erlebnis, da muss man drüber sprechen. Manche sprechen natürlich auch nicht drüber, aber viele werden sicherlich schon den Drang haben. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr interessant und natürlich wieder Wasser auf meine Mühlen als jemand, der gar nicht davon ausgehen kann, dass Bigfoot irgendwie ein Tier oder dergleichen ist, weil es kann mir keiner erzählen, dass sich irgendwie ein zweieinhalb Meter großes Tier jetzt ausgerechnet in so schön das Land aus sein mag, ist es aber eine vollkommen überprägte Kulturlandschaft, Irland aufhalten kann, unbemerkterweise, dass das funktioniert einfach meines Erachtens nach so gar nicht und deswegen finde ich hier ein weiterer Hinweis, dass das eher etwas Paranormales ist als ein Tier. Wird ja auch anders dargestellt hier, also genau zu sein, ist es glaube ich eine Schwangere, die deswegen dann zu Hause geblieben ist, während alle dann unterwegs waren und da sieht sie das erste Mal diesen eben riesigen Mann mit vielleicht auch einem großen Mantel, so wird das hier beschrieben, also auf jeden Fall unterscheidet sich das so ein bisschen natürlich von der, es wird hier kein Feld oder sonst was genannt, aber er nimmt selber diesen Bezug, ist das hier sozusagen die, ihr würdet das Sasquatch nennen oder Bigfoot und dann wird sich besonders hier dran geklammert an diese Geschwindigkeit auch und das Weglaufen über die Dächer, wo dann der ... Nein, der ist nicht über Dächer gelaufen, der ist über ... Nee, nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Walking on Roofs habe ich gefunden. Genau, der ist auf dem Dach gewesen sozusagen zeitweise, das ist ja auch sehr Bigfoot-typisch und dann dieses Weglaufen, wo ja auch, ne, wo dann da noch Männer da waren, die ihm sozusagen hinterher wollten, da war er so super schnell und ist eben über irgendetwas, warum habe ich es mir nicht aufgeschrieben, über irgendetwas sehr weit herübergesprungen sozusagen, was eigentlich nicht möglich sein sollte. Auf jeden Fall wird sich da gefragt, warum sozusagen keine Spuren oder dass er vom Gewicht oder wie auch immer, dass er dann keine Beulen, Einbeulungen sozusagen im Dach hinterlassen hat. Und das spricht ja für deine Theorie. Absolut. Also so ein normaler Camper, wenn da jetzt, nehmen wir mal an, Bigfoot wäre ein Tier, selbst wenn er nicht zweieinhalb, sondern nur zwei Meter groß ist, müsste er sicherlich trotzdem mindestens seine 100 bis 150 Kilo wiegen. Das würde ja auch ein großer Mann zum Beispiel, ist ja im Bereich des menschlich Möglichen. Ja, wenn da hier dann jemand auf dem Dach rumspringt von so einem Camper, dann ist es unmöglich, dass da keine Spuren sind. Oder also jetzt nicht Fußabdrücke, Spuren, sondern irgendwas halt das Material, auf das Material eingewirkt hat, würde man dann sehen. Also, es tut mir leid, aber Bigfoot, ich fürchte, es kann einfach kein Tier sein. Wir müssen Pavel mal wiederholen, damit er widersprechen kann. Es gibt ja hier noch eine kleinere Story, die wir jetzt mal überspringen, würde ich sagen. Da ging es nur darum, dass er sich auf dem Weg nach Hause auf paranormale Weise in seiner Wahrnehmung verloren gegangen ist. So ein bisschen wie in diesem Missing-Time-Vorfall. Ja, und auch, dass er die Umgebung geändert hat. Das zumindest fand ich bemerkenswert. Also, dass er so eine Täuschung hat, dass er zuerst Lichter sieht, und dann aber trotzdem, als er dort ankommt, sich in einer komplett anderen Gegend befindet. Ja. Das ist jetzt im Dunkeln. Die meisten seiner Storys sind ja nicht unbedingt immer im Dunkeln. Also, aber da ist er jetzt so ein bisschen älter. 16, 17 wird er dann bei der nächsten Story. Jetzt kommen sie ein bisschen intensivere. Genau, das ist jetzt vielleicht sogar das Gruseligste oder Schlimmste aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Also, er erwähnt, als er ungefähr 17 war, waren dann die Poltergeist-Aktivitäten bei ihm zu Hause am krassesten. Und zum Beispiel erwähnt er das ja regelmäßig, eine intensive Kälte und Druck auf den Beinen und auf der Brust gespürt hat. Und jetzt kommt das besonders Gruselige. Einmal lag er im Bett abends und hat gefühlt, wie ein Arm sich um seine Beine gelegt hat. Und dann, wie unter seinem Ellenbogen sozusagen es sich angefühlt hat, als sei da ein Kopf, der nach oben drückt, als wollte er sozusagen von unterhalb der Decke hervorkommen. Und er musste sozusagen mit dem Ellenbogen dagegen richtig aktiv andrücken, um das zu verhindern. Also, das ist natürlich extrem unangenehm, so was zu erleben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und seine Reaktion ist dann, sicherlich wäre auch meine gewesen, ist dann letzten Endes aus dem Bett gesprungen, quasi freaking out, also durchgedreht. Und das Ganze wurde dann dahingehend bearbeitet, in Anführungsstrichen, dass eine seiner Tanten eine Freundin hatte, die, ja, wohl scheinbar, zumindest eigenen Ansicht nach, so ein bisschen mediumistisch veranlagt war und dann ihn unter die Lupe genommen hat und gesagt hat, er hat sehr viel negative Energie, die an ihn gebunden ist, die auch eine Reinigung gemacht hat, die auch erstmal was gebracht hat. Aber sie hat sie gleich mit der Ansage gemacht. Das wird auf jeden Fall zurückkommen. Trotzdem hat diese Klemmen... Beruhigende Aussage. Bitte? Eine beruhigende Aussage von der Tante. Ja, ja, da freut man sich. Also, sie hat die Bereiche in dem Haus gereinigt, sozusagen gesagt, das ist jetzt, da war ja auch eine Kälte oder gab es dann immer hier, ja, hier und da Probleme mit der Elektronik. Also, er sagt ja, der Fernseher oder die Lichter sind manchmal ausgegangen, was er eigentlich zum Einschlafen braucht und irgendwann ist er dann dazu übergegangen, lieber Kerzen zu nehmen. Ja. Aber das hatte sie den Bereich sozusagen aus ihrer Sicht da befreit, aber bei ihm ist es angehaftet und von daher wird das wieder passieren. Ja, sehr unschöne Aussichten, vor allem mit 17. Und jetzt haben wir noch einmal kurz eine Zurückmeldung der geräuschemachenden Frau. und zwar war er wieder in diesem Gebiet, was er Stump nennt und ist dort von einer Party nach Hause gelaufen, also zu Fuß und kamen dann irgendwie irgendwann bei sich zu Hause an und vor seiner Haustür fühlte er eine intensive Angst, wie ein Vibrieren und hörte wieder diese Frau und zwar wieder mit den besonders gruseligen Geräuschen, also nicht die Version, wo es noch halbwegs okay klingt, sage ich mal, sondern diese wirklich beängstigende Art und Weise, wie er es dann eben auch einmal nachgemacht hatte, wie er es mit dem Freund beim Tekken spielen gehört hat. Und er hörte sie im Nachbarsgarten, also wirklich nah dran. Wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, war das sozusagen die letzte Begegnung mit dieser, oder wir nehmen jetzt an, dass das eine Frau sozusagen ist, weil er das so erzählt, weil das seine Wahrnehmung ist, aber keine Ahnung. Die letzte, zumindest das letzte Erlebnis, was er so da einsortiert, das ist diese seltsame Frau. Ja, ein bisschen komisch fand ich dann, als er gesagt hat, ja, als ich dann die Band verlassen habe, danach wurde es besser. Also er meint damit natürlich den Bereich. Er ist dann wahrscheinlich auch weggezogen oder später auf jeden Fall weggezogen. Aber es hat wohl immer eher mit dem Areal da zu tun, weil er hat dann auch kurze Ruhephasen in seinem Leben, wo es ihn nicht weiter verfolgt. Wobei kurz hier auch ein paar Jahre bedeuten kann. Aber da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Seine Theorie ist auf jeden Fall, oder seine Empfindung ist auf jeden Fall, dass er selbst damit was zu tun hat, also dass er diese Dinge anzieht, aber dass das eben besonders stark passiert, wenn er in dieser Gegend sich aufhält, weil, warum auch immer, weil da vielleicht besonders viel von dem, was er scheinbar anzuziehen scheint, da ist oder weil es dort besonders stark ist oder wie auch immer. Ja, kann man vielleicht schon mal kurz vorweg spoilern. Er ist ja jetzt in einer ganz anderen Region und darüber auch eigentlich ganz froh, aber scheint so neugierig zu sein, ob diese Theorie, die er da hat, wirklich stimmt, dass er quasi überlegt, mit Absicht nochmal wieder in diese Gegend zu gehen, nur um dann zu prüfen, ob das wieder die entsprechenden Effekte nach sich zieht oder nicht. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch hin. Jetzt hören meine Notizen auf und du musst mir Impulse geben, damit ich mich wieder erinnere, was passiert ist. Genau, er ist, als er dann, ich hatte ja gesagt, er verlässt die Band, danach wird es besser, das ist jetzt schon so ne Vorausblick. Erstmal bleiben wir noch in der Zeit, er ist auch, er hat wieder Kontakt auch zu den gleichen Leuten und er ist dort unten in der Szene, wo er mit den Leuten zusammen unterwegs ist, befindet er sich unten im Wohnzimmer und sieht dann auf einmal, er schildert hier eine Begegenheit, wo er Fingerabdrücke an der Tür, also an der Glastür sieht. Und das hat ihn schon so ein bisschen skeptisch gemacht, weil sie waren dann von der Außenseite, also er war noch, wenn, dann hat er, toucht er die sozusagen immer von innen an und er hat die dann versucht abzuwischen und das war hier, als hätte er versucht, Kerzenwachs abzuwischen. Und es waren nur die Fingertipps, also die fünf Fingerkuppen, die sich da abgezeichnet haben. Und auch hier hat er wieder in Verbindung zu diesem Erlebnis öfter dieses Gefühl von Druck auf den Beinen oder Kälte auch, Kälte und Druck und dann wirft er so ein bisschen ganz nonchalant mit rein, dass er ja auch öfter Schlafparalyse-Erlebnisse hat. Das verwundert jetzt den Interviewer überhaupt nicht. Das schildert er jetzt kurz zwischendurch, dass es immer in dieser Phase seines Lebens auch auftaucht, dass er dann, ja ganz klassisch Schlafparalyse, haben wir schon öfter diskutiert hier, dass er die Augen offen hat, sich nicht bewegen kann und dann in einer Ecke seines Blickfeldes hier in dem Fall eine ganz schwarze Figur sieht und sich dann irgendwann sozusagen losreißen kann. Aber diese ganze Phase seines Lebens ist dann besonders geprägt durch solche Erlebnisse und immer mal wieder schlechtem Schlaf, auch nachvollziehbar. Genau. Und jetzt kommen auch noch ein paar Orb-Erlebnisse. Also er sieht, das ist wie vorhin in dem Beispiel, dann auf dem Feld, er sieht von innen heraus, aus einem Gebäude, wie sich ein grün-gelbes Licht, ist auch manchmal sehr verschwommen, aber es entspricht von der Form grob einem Ball, einem Lichtball, über die Felder bewegt und dann auch dieses klassische Muster, irgendwann zieht es sozusagen immer höher und dann, dass es sozusagen außer Sichtweite sich irgendwann wegbewegt. Also es sind hier keine riesigen Lichtbälle, aber so, da wird er nach der Größe gefragt, kann es jetzt nicht so genau bemessen, aber diese Phänomene schildert er öfter, dass es eben vom Feld ausgehend entweder herunterfällt oder nach oben hinweg zieht. Ja, und seltsame, er sagt immer weird angles, also seltsame Winkel fliegt, das muss eigentlich ja so verstanden werden, also zumindest aus meiner Sicht, dass es halt besonders spitze Winkel sein müssen, die ungewöhnlich spitz sind. Ja, ganz klassisch, also vielleicht das, meinem Eindruck nach, häufigste, was einem so begegnet, wenn Leute sagen, ich habe einen UFO gesehen, oft meinen sie damit dann eben exakt so Lichtpunkte am Himmel, manchmal, in seinem Fall war es ja schon insofern spektakulär, als dass es dann zumindest zeitweise recht nah am Boden und man dann dadurch irgendwie auch Einschätzungen besser machen kann, es stattfindet. Oft hat man natürlich auch einfach die Situation, dass Leute sagen, ja, im Grunde dachte ich erst, ich sehe da einen Stern, entsprechend hoch und eher ein kleiner Punkt und so, und sicherlich gibt es dann auch viel Verwechslung mit Satelliten und sowas braucht man gar nicht, braucht man gar nicht wegreden. Aber was man dann eben öfter hört, ist, dass die Leute feststellen, es ist doch kein Stern, weil das anfängt, wirklich sich schnell und erratisch zu bewegen über weite Teile des Himmels. Das Gute an Satelliten ist ja, sie verhalten sich da relativ verlässlich, so, dass sie einfach in einer geraden Linie über den Himmel ziehen. Wenn man sie genau fokussiert, kann man manchmal der Illusion erliegen, dass sie so ein bisschen tanzen. Das ist ein optischer Effekt. Das kann man auch mit anderen Lichtpunkten am Himmel haben. Aber wenn sie wirklich große, eindeutig, wahrnehmbare Bewegungen machen, dann ist es definitiv kein Satellit. Später schildert er auch noch, dass er versucht, das zu filmen, aber das ihm nicht so richtig gelingt, weil einerseits entweder das Equipment daran scheitert oder wenn er das versucht, dann wird es nur als weiß, weißer Lichtpunkt, white dot, sagt er im Original, dargestellt. Aber genau, er kann es nie so abfangen, wie er das in dem Moment sieht. Er hat eine kurze Ruhe oder längere Ruhepause von 2014 bis 2018, wo nicht groß was passiert, aber vorher 2014 wohnte er dann noch in einem typischen alten Cottage, also in einem kleinen Landhaus, was an sich schon ein bisschen creepy sich dargestellt hat, weil der Vermieter das so ein bisschen selbst ausgebaut hat. Das ist, er sagt jetzt sozusagen immer kleinere Erweiterungen, immer noch was angebaut hat und allein schon komisch, das war hier ein bisschen unfreiwillig witzig, dass er, er hat keine richtigen Türklinken eingebaut, sondern hat einfach nur diese Löcher in den Türen gelassen, sodass man die auch nicht richtig schließen konnte, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er dort auch aus der Küche nachts dann mal, ja, das Öffnen von Schubladen gehört, also typische Poltergeist-Elemente und auch verschiedene Geräte. Er sagt zum Beispiel hier Kettle, also der Wasserkocher, dass da der Schalter an- und ausging und dass irgendwie, ja, also die Geräte irgendwie angeschaltet waren und genau, dass er dann auch wieder verständlich dort nicht recht schlafen konnte. Er hört auch öfter Schritte, auch einmal in einer Nacht ganz eindrücklich schilderte das hier, dass es sich dann bis hin zu seiner Tür bewegt. Er traut sich dann aber auch wie gefroren sozusagen da nicht nachzugucken und sonst wie und er hat auch Kratzen auch von oben. Dann beruhigt er sich selbst immer, dass er sagt, dass es kleine Katzen sind. Er hat da irgendwie auch, da sind ja vielleicht auch mal freilaufende Katzen sozusagen unterwegs, aber hier dem dem Interviewer gegenüber sagt er, dass er dann das schon in dem Moment, also er kann sich nicht selbst austricksen, er wusste irgendwie, dass es, dass es das nicht sein kann, aber er brauchte das in dem Moment immer für sich als Story, um einzuschlafen und hat dann auch einmal verwandt, in dem Fall glaube ich seine Schwester da zur Hilfe geholt, so, ja, dass er dann ein bisschen beruhigter war. Genau, dann gibt es noch eine große Ansammlung von weiteren Lichterscheinungen, aber bevor wir dazu kommen, schildert er auch einmal noch einen sehr verrückten Traum, also nicht nur Schlafparalyse, sondern er hat auch seine Albträume und hier, das schildert er, das kann ich jetzt auch gar nicht so gut wiedergeben, eine Frau mit so ein bisschen wuscheligen, lockigen Haar, die auch ganz das Atmen, das macht er auch eindrücklich dann nach, also heftig schnaubt und atmet und er hat wieder das Druckgefühl, also das ist dann sozusagen, ja, vermischt sich jetzt so ein bisschen mit den Schilderungen von der Frau vorher und das verfolgt ihn jetzt sozusagen auch noch mit bis in seine Träume wieder mit körperlichen Auswirkungen und dass er dann auch da wieder, das ist für mich schon wie eine Mischform jetzt aus Schlafparalyse und Albtraum dann auch wieder so, ja, ja, das an seinem eigenen Körper irgendwie spürt und immer, er zieht dann erstes Fazit, dass er immer, wenn er zurückkehrt wieder in diese Gegend, in seine alte Wohngegend, auch wo diese, diese Bereich eben das Stump ist, dass es ihn dann irgendwie verfolgt, also jeweils in die neuen Wohnungen, followed him home, das war so ein bisschen so das, das Zwischenfazit, also dass sich dann, wie die Tante einmal geschildert hat, vielleicht an ihn wieder haftet, das ist so ein bisschen sein Fazit. Ja, er hat auf jeden Fall auch noch Erlebnisse während der Fahrt mit dem Auto, einmal im frühen Morgen, einmal schon in der Abenddämmerung und einmal in der Nacht, jeweils ein grelles Licht, einmal in der ersten Szene ist es sozusagen relativ nah gegen, oder in der Nähe vom Mond und da musst du dich dann mal rückversichern, dass es nicht einfach um Sternen handelt, aber die, die Art der, ja, wie sich das Objekt sozusagen bewegt am Himmel spricht dagegen, auch da wieder diese, wie du geschildert hast, so komische Bewegungsmuster und dass es dann auf einmal schnell in den Himmel aufsteigt, das jetzt mittlerweile auch verheiratet oder auf jeden Fall in der Partnerschaft tauschstelle, auch mit seiner Frau, Freundin aus, die kommt später noch einmal ins Bild, in den Fahrten, Autofahrten ist er meistens allein, da hat er dann auch nochmal ein rötlich, weißliches Licht, was auch wieder in weirdest directions, also in verrückten Richtungen sich bewegt und das verfolgt ihn irgendwie während dieser Autofahrt und verschwindet dann immer wieder. Genau, und seine Frau sieht das dann später auch, einmal dann auch, das ist jetzt eine ganz, ganz kürzlich sozusagen passierte Geschichte, zum Zeitpunkt der Aufnahme sagt er hier ein paar Wochen zuvor, da sehen sie das einmal im Himmel sich abspielen und da sieht die Freundin das auch und dann sind sie auch campen, jetzt kommt also wieder das Campen ins Spiel und da ist einmal glaube ich der Bruder seiner Frau oder seiner Freundin, den er eigentlich als einen sehr, sehr skeptischen, nüchternen Typen beschreibt, der also nie irgendwie empfänglich war für diese ganzen auch traditionellen Geschichten und auch nicht für die Sachen, die er dann wahrscheinlich von Jim schon erzählt bekommen hat, er sagt, der ist so der Typ, bei dem es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ihm sowas zu erzählen, weil der immer vermeintlich eine Erklärung direkt parat hat. Genau, er liefert immer ein Argument dagegen, das klingt schon so ein bisschen so, als wenn er, genau, als wenn sie da öfter schon mal hier und da diskutiert haben oder zumindest angefangen haben, aber auch hier beim Zelten, da ist glaube ich auch der kleine Sohn dann dabei, hören sie komische Geräusche und auch hier etwas, was sich dann außen am Zelt befindet, das kommt viermal zurück und sie sind sich sicher, das sind auch Leute, die sich dann damit auskennen anscheinend und da öfter dann außen sind, dass es kein Geräusch eines Tieres ist, es ist keine komische Mischform aus original hier Chirping, also so ein bisschen Zwitscher-Geräuschen, aber auch einem komischen Grunzen es klingt eher wie Menschen wird hier gesagt und nicht wie ein Tier und was dann bis in die Morgenstunden, also drei Uhr morgens diese Geräusche gemacht hat. Da sind wir natürlich auch wieder in Bigfootland, zwitschern, grunzen, sprachartige Geräusche, zum hundertsten Mal erwähne ich die Sierra Sounds oft ja mit dem Begriff Samurai Chatter umschrieben, also ja, auch hier wieder, fühlt man sich erinnert an manches. Ja, da gibt es nur diese Schilderung, aber bei der letzten Lichtsichtung zuvor mit seiner Frau, da ist eben dieser Punkt, was ich vorher erwähnt hatte, sie versuchen das zu filmen, aber sie können es a. nicht fixieren und b. es ist dann ja nicht das, was sie so beide mit eigenen Augen gesehen haben, es entspricht nicht der Qualität und auch nicht irgendwie den Farben und das ist dann so ein bisschen, wo der von Strange Familiars natürlich ein bisschen wieder nachhackt und sagt, okay, es gibt so noch Material und später auch gibt es Fotografien, weil er dann erzählt, auch in einem Wald draußen Bereich findet er auch, das ist ja jetzt auch ganz klassisch, diese zusammengewobenen kleinen Zweige, die sich da auch in der Nähe vielleicht von diesem Zellplatz dann befanden, aber genau, das alles in diesem sehr ländlich geprägten, in dieser ländlich geprägten Region Irlands, also das ist natürlich, deswegen wäre das für dich auch ein Urlaubsziel, das ähnelt jetzt nicht unbedingt von Flora und Fauna so Bereichen in der USA, aber schon so von dem, ja, einfach von dem Fakt, dass es da noch sehr ursprünglich ist und das schildert er ja hier auch, ja, die Bereiche mit den Wasserfällen und eben diesen komischen ja, kleinen Höhlen sozusagen, die es da auch noch gibt. Ja, also von Wales war ich ja auch sehr begeistert, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich recht wohlfühlen würde dort, also zumindest im Urlaubsmodus, ja, vielleicht klappt das ja irgendwann mal. Ja, wenn ich es recht in Erinnerung habe, gehen sie dann so ein bisschen zu den Spekulationen über, wie ihr das so alles wahrnimmt und mit dieser Region in Verbindung bringt. mit seiner Anwesenheit in dieser ganz speziellen kleinen Ecke der Region, so viel könnte man vielleicht noch sagen. Genau, das Fazit hatte ich schon ein bisschen vorgezogen, dass er eigentlich irgendwie immer, also einerseits fasziniert es ihn auch und er will ja auch zurückkehren, sozusagen, weil da ja Verwandte sind und so, aber andererseits umschifft er dieses Gebiet jetzt doch mehr und mehr und entweder ist es seine Frau oder auch in dem Moment der der Host, der ihn fragt, ob er nicht mal gezielt als Experiment dann das dokumentieren kann, einfach mal, wenn er wieder in diesen Bereich kommt oder sich wieder mit den Leuten abgibt oder direkt in der Region wieder ist, ob dann wieder Sachen vermehrt auftauchen, also irgendwie fand ich ein bisschen komisch, dass sie sozusagen in Anführungsstrichen zwingen sie ihn dann das genau zu erfassen. Naja, es war ja schon sehr, sehr vorsichtig nachgefragt, also. Und Timothy Renner hat ja vor allem ihm auch gesagt, er würde sich auch quasi als Begleitung zur Verfügung stellen, wenn er denn mal in Irland ist und er hat Pläne nach Irland zu reisen, weil er dort auch noch mit anderen Leuten bekannt ist, also von daher ist das schon eher nett, glaube ich, er würde ihn da dann auch mental unterstützen. Ja, sehr interessant, mich hat der der Ausflug eben in dieses kulturelle Setting auch wieder sehr erfreut. Was ist so dein Eindruck von der ganzen Sache? Also, ich würde das ein bisschen unterteilen in verschiedene Bereiche, die den Anfang, wo er wirklich ein ganz kleines Kind ist und vor allem diese Sachen, wo er ausbüxt und irgendwie Sachen macht, da kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Storys vermischen mit Begegnungen, Begebenheiten, wo es einfach Erwachsene sind, die ihnen dann auch ein bisschen Angst machen wollen oder die ihnen dann irgendwie verfolgen und sagen, um halt so ein bisschen dafür zu sorgen, dass er da nicht ausbüxt und Zigaretten raucht und so. Und das mischt sich dann so ein bisschen mit dieser Folklore. Aber es gibt natürlich gerade diese Phase mit 16, 17, mit diesem, ja, wo er den, das Gruseligste, was ich am Gruseligsten fand, war halt, wo er den Kopf mit dem Ellbogen unter dem Laken wieder runterdrückt, das ist schon, und diese Poltergeist-Phänomene in Anführungsstrichen mit dem, ja, mit Geräuschen und auch was Auswirkungen auf, ja, Elektronik hat, das ist schon Und vor allem mit mehreren Personen anwesend, das ist natürlich auch nochmal immer interessant. Ja, da weiß ich immer nicht, ob, ich glaube, das hatten wir in verschiedenen Folgen schon diskutiert, ich gehe dann nicht, vielleicht nicht so weit wie du, aber ich gehe auf jeden Fall in so einen Bereich, wo ich denke, dass, dass einerseits gerade bei, ja, Schlafparalyse und so weiter, habe ich ja auch schon mal, hast du gesagt, willst du ja endlich auch mal haben, glaube ich, ist das sehr viel auch dann durch Stress und so weiter ausgelöst, aber wenn es dann irgendwann Auswirkungen hat, wie hier, auf, ja, auf die Umwelt, dass es dann, dann irgendwelche Bereiche betrifft, die ich mir noch nicht so richtig erklären kann, ja, das ist eben, dass so eine Energie, wie es so auch vorher gesteht hat wird, Auswirkungen haben kann, sodass es andere auch wahrnehmen, also alles, was von ihm ausgeht, das lässt mich so ein bisschen verwirrt zurück und dann natürlich dieser, dieser ganze Bereich mit Bigfoot und so weiter, ja, und Lichtern, da würde ich auch noch mal trennen, weil bei Lichtern, diese Orbs, wenn wir das analysiert haben, da finden wir auch natürliche Phänomene, die das sein können, aber, ja, irgendwann geht es natürlich in einen komischen Bereich. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie sehr man dann, also es gibt natürlich eine ganze Menge Lichtquellen, die man dann mit allem Möglichen verwechseln kann, das ist gar keine Frage, ab einem bestimmten Punkt des seltsamen Verhaltens dieses Lichtes muss man sich dann halt fragen, ist das jetzt noch im Bereich des Realistischen, darüber kann ich mich irren, also eigentlich ist das Satellitenbeispiel vielleicht das Beste, wie gesagt, das kann jeder ausprobieren, wenn man sich mal hinstellt, in der ersten Stunde nach Dämmerung am besten oder nach Sonnenuntergang, sieht man recht viele Satelliten und dann kann man sich vor allem, wenn der Hintergrund schön dunkel ist, mal drauf konzentrieren, so ein Satelliten ganz so fest wie möglich sozusagen anzustarren und zu fokussieren und dann wird man feststellen, dass in der eigenen Wahrnehmung, der anfängt so ein bisschen zu schlingern oder nicht zu springen, das ist schon zu viel, sagen wir mal so ein bisschen zu wabbeln und das ist halt ein optischer Effekt. Das kann natürlich dann schon eine Fehlwahrnehmung oder eine Fehldeutung bedeuten, wenn man das halt nicht weiß, dass es diesen Effekt gibt. Allerdings ist das halt trotzdem noch sehr, sehr weit weg von, ja, das Ding flog 90 Grad Winkel und zwar auf der linken Seite des Horizonts und dann eine Sekunde später rüber geschossen auf die rechte Seite des Horizonts. Da hört dann für mich der Bereich des realistisch verwechselbaren irgendwann auch auf und es ist irgendwie immer im Einzelfall zu entscheiden, ja, wo man da jetzt auf dieser Skala sozusagen der Möglichkeiten landet. Allerdings für mich persönlich, das ist ja klar, ich habe schon mit so vielen Leuten über solche Dinge gesprochen, die da wirklich Sachen gesehen haben, die weit davon entfernt sind, meiner Meinung nach jedenfalls, über solche Verweckungen zustande zu kommen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass irgendetwas da schon ist, was sich außerhalb des Bekannten bewegt und seine Beispiele hier waren ziemlich klassisch in vielem, von daher, ja, gehe ich davon aus, dass der Anteil von Verwechslung in seinem Fall da jetzt recht gering sein wird, wahrscheinlich, vielleicht auch null. Aber, ich weiß es nicht, ich war ja nicht, man war nicht dabei, das ist ja immer das Problem. Was mich bei der Schilderung der Frau dann irritiert, du hast ja vorhin gesagt, ja, das macht er als Vergleich, weil ich gleich gesagt habe, es klingt wie eine, die physisch, wie auch immer, psychisch eingeschränkt ist. Naja, ich wollte damit sagen, dass er nicht, zumindest in meiner Wahrnehmung, den Eindruck erwecken wollte, dass da irgendjemand mit solchen Eigenschaften ist oder solche Eigenschaften, ne, sondern das ist halt das Nächste, was er aus, genau, vermeintlich aus seiner Realität kennt, um es zu vergleichen, so habe ich das verstanden. Ja, aber damit macht er für mich natürlich auch die Tür auf, dass es sich um eine, so eine Person handelt. Naja, am Fenster im zweiten Stock. Die da durch die Gegend wandert, was mich da ein bisschen ärgert, ist, dass er nie irgendwie, außerdem, es ist natürlich verständlich, dass er, dass er versucht, das rauszufinden, also, dass er sich sozusagen immer abschottet da, aber er gibt ja nie eine Beschreibung oder es gibt keinen Sichtkontakt sozusagen. Ja, das fehlt natürlich dann in der, um das komplett zu machen. Außerdem behaupte ich mal, in so einer relativ überschaubaren Community, wenn es da eine Person gäbe, die diese, ja, doch sehr auffälligen Eigenschaften hätte, ne, dann wäre sie Stadt, Dorf bekannt. Dann wäre sie keine Überraschung und dann haben wir noch nicht über das Fenster im zweiten Stock geredet, also, ähm, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Äh, ja, aber gut, man weiß es nicht, was los war. Ja, ich fand, er wirkte auch, als würde ihn das schon im großen Ganzen belasten, oder zumindest punktuell halt stark belasten und deswegen insgesamt so eine Mischung aus durchaus irgendwie auch Neugierde, was ist eigentlich los, da ist, das merkt man ja daran, dass er darüber spekuliert, ne, und sich Gedanken dazu macht, hat das was mit dieser Region zu tun und so weiter und so fort, hat das was mit mir zu tun, hat das was mit beidem zu tun, also es ist jetzt nicht so, dass er einfach vollkommen traumatisiert da nur die Flucht ergreift, aber ich finde, man merkt schon bei den Erzählungen an der Stimme und so, dass das für ihn auch kein Zuckerschlecken ist, so hundertprozentig. Genau, und deswegen umschifft er sozusagen die Region dann immer, wenn er zurückkehrt, freut sich dann die Leute wieder zu sehen, aber geht jetzt nicht mehr in die Bereiche, die ihn da aus der Kindheit ja, verängstigt haben. Ja, für mich ein weiterer interessanter Fall, das irische Setting macht es natürlich besonders, ja zumindest aus deutscher Sicht wahrscheinlich so ein bisschen nochmal, ja speziell, und vielleicht, man hat ja so Klischeevorstellungen von Irland und so weiter und gerade dieses ganze Feen-Thematik ist ja klar, ist dort in der Ecke irgendwie besonders präsent und auch in unseren Köpfen besonders präsent und damit vielleicht verknüpft, obwohl wir ja, wenn wir in die, zumindest in die Volkssagen-Welt schauen oder auch aktuell mit Menschen von hier reden, sehr vergleichbares auch hier scheinbar immer erlebt wurde oder ich sage sogar weiterhin erlebt wird. Das heißt, das ist so ein bisschen einfach auch eine Fehlwahrnehmung, aber macht ja nichts, dass jeder Raum, mit dem man halt irgendwas verknüpft hat, dadurch so seinen eigenen Flavor im eigenen Kopf, wie viel der da mit der Realität zu tun hat, ist natürlich eine Sache, aber mich persönlich sprechen halt diese Regionen irgendwie immer besonders an. Ich finde es besonders interessant, auch wenn ich weiß, dass es in der Hinsicht dieser paranormalen Erlebnisse dann gar nicht so besonders ist, wie man es halt vielleicht glaubt, auf Basis dieser Vorstellung. Würdest du denn in so einem Cottage wohnen, also weit ab von, also das ist ja für mich immer ein Grund, unabhängig davon. Ja, also grundsätzlich sage ich jetzt mal ja, wie es dann in der Realität wäre, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es nicht erlebt habe, also ob mich das dann doch vielleicht gruseln würde oder sowas, aber ich komme ja vom Land und ich habe auch eine Zeit lang meines Lebens in einem jetzt nicht super einsam und abgelegenen Haus gelebt, aber doch zumindest in einem ein bisschen abgelegenen Haus, das allerdings auch tatsächlich ein bisschen gruselig war. Ich habe gerade vor ein paar Monaten hat mein Vater mich daran erinnert, dass ich mal als Schulkind, da muss ich dann, sagen wir mal, erste bis dritte Klasse ungefähr der Bereich gewesen sein, habe ich erzählt, dass ich beim Nachhause komme, in einem der Fenster im ersten Stock dieses Hauses eine Gestalt gesehen habe, die nicht da war, also die es gar nicht gab, das hatte ich, als er das gesagt hat, das war wirklich verrückt, da fiel es mir auch wieder ein, also das hatte ich irgendwie scheinbar vollkommen verdrängt, obwohl ich mich ja für solche Dinge interessiere und obwohl ich sogar schon mal in mich gegangen bin, um speziell zu diesem Haus, ich habe auch mit meiner Mutter über dieses Haus schon geredet und um speziell darüber nochmal mir selber Rechenschaft zu geben, habe ich selber da eigentlich irgendwas Seltsames erlebt und war trotzdem nicht drauf gekommen, also echt verrückt, wie man manches vergessen kann, aber als er es dann erwähnte, fiel es mir halt auch wieder ein. Von daher, ja, so grob vorstellen kann ich es mir schon und ich würde es auf jeden Fall, wenn sich eine Gelegenheit ergäbe, sinnvollerweise würde ich, das würde mich schon reizen, da so eine schöne Landschaft, auch einsam zu leben, wenn dann natürlich Teil des Deals ist, dass irgendwie jeden Abend die Feen an meinem Fenster kratzen, dann würde ich euch herausstellen müssen, ob ich das dann auch so lustig finde. Ja, das ist nämlich der Punkt dann. Ich weiß jetzt nicht genau, die Zeit schildert er jetzt nicht, wie lange er da wohnen bleibt, aber das allein wäre schon ein Grund für mich dann direkt abzuhauen. Ja, wobei ich so ein bisschen so ticke, also zumindest in meiner Vorstellung, solange ich, solange es nicht im Haus ist, die Phänomene, würde ich, bilde ich mir ein zumindest, wie gesagt, kann ich mich täuschen, aber bilde ich mir ein, würde ich damit wahrscheinlich klarkommen. Vielleicht auch, weil ich diesen Hintergrund kenne, weil ich schon so viele Storys gehört habe, entweder indirekt hier über solche Podcasts oder auch direkt mit Leuten im Gespräch von solchen, ja, wie gesagt, ich habe da keinen besseren Begriff jetzt als paranormale Belagerungssituation, dass ich weiß, da wird einfach versucht, eine Reaktion zu erzeugen bei der Person, aber es kommt eigentlich nichts ins Haus normalerweise und es passiert den Leuten eigentlich auch nichts. Gut, jetzt kann man sich fragen, was sind vielleicht die Storys, von denen ich halt nichts höre, weil den Leuten was passiert ist. Meister S würde es einfach aussitzen, ganz storisch. Ja, macht doch, macht doch. Ja, also das würde ich zumindest versuchen, aber sobald ich das Gefühl habe, dass es im Haus ist, dann glaube ich, würde ich damit schwierig klarkommen, weil dann hat man so kein Safe-Space-Gefühl mehr irgendwie und dann wird es schwierig. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, hier und da gibt es auch Storys, die in meinem Eindruck nach sehr, sehr, sehr selten sind, aber wo womöglich doch sich andeutet, dass eventuell doch mal was Ernsthaftes passiert ist, den Leuten bis hin zu verschwinden, tatsächlich. Von daher alles hier so gemütlich aus dem Schreibtisch-Sessel heraus gesprochen. In der Realität mag es sich dann ganz anders anfühlen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Ach ja, mir hat es aber wieder sehr großen Spaß gemacht. Also ich habe ja schon öfter erwähnt, ich bin auch sehr großer Fan dieser Show, dieses Podcasts und bin auch seit vielen Jahren Patreon bei denen. Und ich habe irgendwie, ich mag Timothy Renner total gerne, seine Art, der ist für mich ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und allein deshalb habe ich immer schon Bock, da hier und da mal was von zu besprechen. Der hält sich dann erstaunlich zurück. Quatsch, nicht so dazwischen, wie ich gerade. Lässt also den Leuten Raum. Das wäre schon mal ein guter. Und versucht halt auch nicht, der ist einfach sehr empathisch, der versucht auch nicht, denen dann da irgendwie vermeintlich zu erklären, was sie gesehen haben oder gesehen haben könnten, sondern ihm geht es halt darum, zur Kenntnis zu nehmen, was ihr Eindruck der Sache war, denn sie waren immerhin anwesend. Und davon habe ich auch versucht, mich, wenn ich Interviews führe, ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen, aber wenn ich es denn getan habe, mich davon so ein bisschen von dieser Idee leiten zu lassen, nicht direkt irgendwie in den Vorwärtsgang zu schalten, sondern einfach den Leuten das Wort zu überlassen. Ich glaube, ich stelle schon ein bisschen mehr Nachfragen als er. Allerdings halt zumindest hoffe ich, dass meinem Eindruck nach nicht irgendwie, also einfach nur aus Neugierde, einfach nur ich will mehr wissen, nicht im Sinne von, oh, hast du dich da nicht vielleicht getäuscht? Und so weiter und so fort. Also, ja, kleines Strange Familias Lob mal wieder, wenn ihr diesen Podcast nicht kennt und des Englischen ausreichend vertraut seid oder mächtig, wie man sonst so sagt, dass das für euch angenehm zu hören ist. Englische Muttersprachler ist das auf jeden Fall eine klare Empfehlung meinerseits. Gut, wollen wir den Sack zumachen? Mögen wir den Sack zu, ja. Dann sagen wir wie immer vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, bleibt gesund, macht es gut und reingauen. Adios.